Jo moin Leute, herzlich willkommen zum 15. Spieltag mit dem Predictions mit der Google Pixel Frauen Bundesliga am 15. Spieltag. Los geht's. Alle Spiele live auf The Zone und Magenta Sport und eins auf Sport1. Los geht's. Heute um 18.30 Uhr SGS Essen schlägt MSV Duisburg 2 zu 0. Dann morgen um 13 Uhr Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Bayern München und das Ganze geht 1 zu 3 hat sich die Münchnerinnen. Herzlichen Glückwunsch. Dann um 15.30 Uhr TSG 1899 um 15 Uhr TSG 1899 Hoffenheim schlägt 1. FC Nürnberg 3 zu 1. Dann um Übergang um 14 Uhr. Die Kölnerinnen des 1. FC und die Bremerinnen vom SV Werder spielen 2 zu 0. Dann um 18.30 Uhr SC Freiburg unterliegt Bayern 04 Leverkusenerinnen 1 zu 2. Und am Montag um 19.30 Uhr live auf The Zone Magenta Sport und Sport1. VfL Wolfsburg und RB Leipzig spielen 1 zu 1 und entschieden. So das war's vom 15. Spieltag mit den Predictions der Google Pixel Frauen Bundesliga für die Saison 2023-2024. So, wenn er das bitte gefallen hat, lasst einen Dornchen nach oben da. Vergesst kein Abo. Dann nehmen wir das Glöckchen, das nicht vergessen hat gewinnen. Dann verpasst dir keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis danach gut. Okay, ciao!